Landtag for Future? Junge Menschen und die Wahl. Eine Podiumsdiskussion von Mephisto 97.6 und dem zeitgeschichtlichen Forum. Und von einem Aufheizer-Thema geht's ins nächste Bildung. Sachsen ist letztens erst auf Platz 1 im Bildungsmonitor gekommen. Da kann man ja jetzt halten von der Statistik, was man möchte. Ich glaube, wir sind uns auf dem Podium ja alle einig, dass es riesige Lücken im sächsischen Lehrplan gibt, wenn man nur einen Blick auf Digitalisierung, Medienkompetenzen wirft, Religionsunterricht und auch wie viel Klima Tatsache im Unterricht behandelt wird. Es ist meistens Ermessen der LehrerInnen zu sagen, ich nehme mir die Zeit, solche Themen anzusprechen und meistens mangelt es halt auch an eben dieser Zeit. Und ich würde wahrscheinlich gerne jetzt erstmal auf die größte Lücke blicken und meine erste These da hinrichten und einfach behaupten, Sachsen-SchülerInnen haben zu wenig mediale Bildung. Marco, siehst du das ähnlich oder ihr von der Linken, ihr habt ja ein sehr schülerInnen-freundliches Wahlprogramm, Hausaufgaben abschaffen und die mediale Kompetenz sichern. Ist das auch eine Sache, die euch sehr am Herzen liegt oder setzt ihr da den Fokus woanders drauf? Nein, natürlich muss auch die Digitalisierung in der Schule stattfinden und das ist natürlich ein Schwerpunkt auch für uns, aber natürlich sind auch so weiche Fächer wie Ethik, Philosophie und Gemeinschaftskunde und Geschichte. Das sind Fächer, die wir leider in Sachsen oft vernachlässigen und Sachsen halt mehr auf diese Grundfächer Mathe, Deutsch, Englisch setzt und deswegen wahrscheinlich auch im PISA-Test so gut ist. Außerdem haben wir das Problem, dass wir halt immer noch Förderschulen haben in Sachsen, wo also Menschen, die eine Behinderung haben oder es eben nicht so einfach im Leben haben, aussortiert werden und die aber dann nicht bei dem PISA-Test teilnehmen und deswegen auch ein anderes Ranking mit Sachsen entsteht. Das finden wir schon problematisch und Thema Digitalisierung hatte ich gerade schon angesprochen. Wäre es dann eine Lösung, jetzt an alle gerichtet, vielleicht die Kriterien für den PISA-Test anders zu setzen, dass nicht mehr auf diese, sage ich mal, altwissenschaftlichen Fächer geschaut wird? Sophie, du hältst das Mikro schon so. Ich glaube, dass sich das sächsische Bildungssystem auch dringend ändern muss, scheißegal, wie wir in PISA abschneiden. Wir müssen einerseits dazu hin, von diesem mehrgliedrigen System wegzukommen. Ich meine, es gab ja nicht umsonst diese breite Unterschriftensammlung für die Gemeinschaftsschule in Sachsen, weil es einfach ein Unding ist, Kindern nach der vierten Klasse schon mehr oder weniger vorzuschreiben, wie ihr Bildungsweg auszusehen hat, sondern dass sie einfach länger gemeinsam lernen. Und darüber hinaus müssen wir einfach die sächsischen Lehrpläne auch umkrempeln. Wir müssen dafür sorgen, dass SchülerInnen weniger auswendig lernen von Sachen, die sie eigentlich auch heutzutage in ihrem Handy nachgucken können, da sind wir wieder bei der medialen Bildung. Viel wichtiger wäre es, dass sie lernen, welche Quellen kann ich wo wie nachlesen, aber viel mehr an Sozialkompetenz dazu gewinnen oder einfach anders mit Wissen umgehen. Praktischer lernen, wie wirkt sich denn Klimawandel eigentlich aus? Also vielleicht können wir erstmal dahin gehen und nochmal feststellen, dass Sachsen schon ein gutes Bildungssystem hat. Nein. Was doch, was auch in den letzten Jahren jetzt mit dem Lehrerpaket und so weiter auch wieder gestärkt wurde, dass wir jetzt auch mehr hingehen. Nachdem wir jetzt total in die Sackgasse gefahren wurden. Jetzt rät erstmal ich, danach dürfen die anderen wieder. Ist das so? Ja, weil ich mich ausreden lasse, das hat was mit Höflichkeit zu tun. Dass wir das jetzt weiter ausbauen, wir haben jetzt auch von Landesseite Programme, die für mehr digitale Bildung in den Schulen sorgen sollen. Ich denke, es ist jetzt auch an der Zeit, dass man da auch die Lehrerinnen und Lehrer da auch mehr schult, dann diese Medien auch einzusetzen, weil ich kenne das noch aus meiner eigenen Schulzeit, ist ja noch nicht so lange her, wenn man die Tafeln dann nur benutzt, um dann Filme zu gucken, dann ist dem Ganzen, glaube ich, auch nicht so ganz Rechnung getragen. Ansonsten denke ich, mit den Lehrplänen, da kann man sicher über einige Punkte dann nochmal reden, aber jetzt insgesamt das Bildungssystem hier schlecht zu reden, das geht dann meiner Meinung nach doch zu weit. Aber ihr wisst schon, dass ihr jahrelang verschlafen habt, neue Lehrer einzustellen, Schulen runtergekommen sind und so weiter und das jetzt erst kurz vorm Wahlkampf anfangen zu korrigieren, ja? Das ist nicht kurz vorm Wahlkampf, da ist man seit mindestens anderthalb Jahren ist man da dran. Dank dem Koalitionspartner übrigens. Bitte einmal Applaus für die Schule. Zu weit gehört aber, dass die Schulen herunterkommen, das ist eine kommunale Aufgabe, das müsste man als... Aber die Lehrer kommen vom Land. Also zum Thema Digitalisierung in der Schule ist, denke ich, ganz, ganz wichtig zu erwähnen, dass es nicht ausreicht, wenn man einfach in die Schulen jetzt so ein paar Tablets reinwirft und dann hat sich das schon. Dazu gehört, wie eben schon gesagt wurde, auch eine Ausbildung der Lehrer, diese Kompetenzen selbst zu haben. Wir kennen das alles, der Fernseher wird reingeschoben und der Schüler muss ihn bedienen, weil Lehrer weiß nicht, wie. Dazu gehört, dass es einen Informatikunterricht oder Medienunterricht gibt, der die Schüler in digitalen Kompetenzen schult. Ob das jetzt Quellenrecherche ist, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, oder in den anderen Kompetenzen ist es wichtig. Aber es gibt auch weitere Sachen, die mir im Sächsischen Lehrplan stark fehlen, das sind einfach Kompetenzen im Wirtschaftsbereich. Es gab da dieses berühmte Zitat, was durchs Internet ging, ich kann ein Gedicht in vier Sprachen interpretieren, weiß nicht, wie ich meine Steuererklärung schreibe. Ich glaube, da gibt es noch viel, viel mehr Sachen, wo Schüler einfach Kompetenz fehlt, die vielleicht wesentlich näher an der Lebenswirklichkeit dran ist. Das bedeutet nicht, dass andere Fächer wie Geschichte oder so unwichtiger sind, gar nichts. Das ist sehr, sehr wichtig, das gehört zu unserem Fundament unserer Bildung, unserer Gesellschaft. Deshalb muss das auch gelehrt werden. Aber wir müssen gucken, dass Schüler auf die Wirklichkeit vorbereitet werden, auf die Realität, die dann da draußen ist. Und dazu gehört nun mal Mathe. Das ist nicht irgendwie ein altes Schulfach aus solchen schönen historischen Zeiten mit Pythagoras und Blah. Das sind Kompetenzen, die brauchen Schüler, egal ob sie hinterher studieren, egal ob sie hinterher eine Ausbildung machen. Das ist sehr wichtig. Und zum Punkt Gemeinschaftsschule. Da würde ich kurz unterbrechen, das wäre der nächste Punkt zum Diskutieren. Dann können wir gleich über die Gemeinschaftsschule sprechen. Was ich hier raushöre, sind ja, dass sozusagen das Fachwissen den Kompetenzen gegenübersteht. Was wäre da die perfekte Mischung? Oder hat eins höhere Priorität im Lehrplan oder sollte Priorität haben? Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir gucken, welches Fachwissen braucht man wirklich. Und ganz ehrlich, wenn wir mal zurückdenken, welchen chemischen Prozess mit der kleinsten Form und bis zur hintersten Zahl und Zeichen wissen wir heute noch aus dem Abi. Ich habe davon null Plammer, ich brauche das auch nicht, aber ich kann es nachlesen. Oder ich weiß, wo ich es in welchem Buch finde. Wir müssen einfach gucken, welche. Ja, Mathe ist so ein Ding, rechnen sollte man bis zu einem gewissen Grad können. Auch Rechtschreibung ist sinnvoll, auch Sprachen sind sehr sinnvoll. Aber was muss ich wirklich wissen und was muss ich an Kompetenzen eher dazulernen? Ich finde, dass man bestimmte Dinge vertiefen kann oder junge Leute schon nochmal vertiefen können. Also natürlich kannst du jetzt sagen, du hast jetzt keinen Plan mehr von der chemischen Formel XY, die du damals im Abitur gehabt hast. Aber ich glaube, den Weg dahin, dass du es zumindest in der Zeit, wo du in der Schule warst, erlernen konntest und damit auch Lösungen finden konntest, dass es dieses Angebot gibt in der Schule, das finde ich schon wichtig. Und das sollte man auch den Kindern und Jugendlichen vermitteln. Klar, als Möglichkeit, ja, aber ich muss es nicht allen verpflichtend aufdrücken. Doch, die grundsätzlichen Dinge würde ich schon gerne verpflichtend aufdrücken. Das vertiefte dann aber natürlich den Kindern und Jugendlichen dann in Expertenkursen weiterführen. Und dann hat man auch mehr Zeit für die anderen Fächer. Und das geht vielleicht auch alles grundsätzlich besser beim gemeinsamen, längeren Lernen, wo wir gleich zukommen. Genau, ich würde noch kurz eine Frage an Paula richten wollen. Ihr habt ja im Lehrplan, sage ich schon, im Wahlprogramm mit aufgenommen, dass ihr einen kompetenzorientierten Lehrplan entwickeln wollt. Sind dann für euch die Kompetenzen auch wichtiger, als dieses Fachwissen zu vermitteln? Nee, es ist nicht wichtiger, aber es geht, und das ist ja hier gerade schon ausdiskutiert worden, es geht darum, dass es ein besseres Gleichgewicht gibt. Wenn wir jetzt zum Beispiel über Digitalisierung reden, wir wollen nicht, dass die irgendwie jetzt noch im Deutschunterricht fünfte Button darüber führen, rhetorisch zum Beispiel, was sind Chancen und Risiken der Digitalisierung, sondern wir wollen, und das steht zum Beispiel auch im Wahlprogramm, dass die gleich auch in jüngeren Klassen, also schon am Übergang, was weiß ich, vierte, fünfte Klasse, dass die wirklich ein Gefühl dafür kriegen, wie funktioniert eigentlich Programmieren, weil wir merken ja jetzt als Generation, die schon aus der Schule raus ist, dass es unglaublich hilfreich wäre, zum Beispiel nur über Datenschutz, Sicherheit und so weiter so ein bisschen besser zu verstehen, wie so ein Algorithmus funktioniert. Und da wollen wir, dass die SchülerInnen fitter aus den sächsischen Schulen kommen, als sie das heute kommen. Und das ist für uns eine ganz grundlegende Kompetenz, und die muss man, glaube ich, stärker gewichten. Das heißt nicht, dass wir es nicht wichtig finden, dass sie lernen, wie Deutschland im 20. Jahrhundert mehrfach auf die Fresse gefallen ist. Das ist genauso wichtig. Dann würde ich gerne zur nächsten These und das Thema erstmal abschließen. Ich würde nochmal so eine kurze Ja-Nein-Fragerunde anschließen, bevor wir zum nächsten kommen, mit dem Daumen hoch und dem Daumen runter. These war, Sachsens SchülerInnen haben zu wenig mediale Bildung. Ich würde bei Lukas anfangen. Ja. Ich würde ganz gerne sagen, dass wir uns schon festlegen. Dafür ist es die Frage, aber ich denke, einfach Ja oder Nein? War es jetzt zu wenig, ne? Ja. Ja, doch, also die Lehrpläne können... Ja, ein Ja von der CDU. Marco, die Linke. Ja, ein Ja von der Linken. Ja, ist aber nicht das einzige Problem. Ja. Ich möchte nicht für jeden einzelnen Schüler und jede einzelne Schülerin sprechen. Ich glaube, da sind super Fitte auch bei dem Thema dabei. Aber die Schulen bieten dann doch zu wenig an. Ja. Okay, ich würde sagen, wir haben Einigkeit auf dem Podium. Aber sie sind nicht für wenig. Aber sie sind so Toronto. Ja. Bist du in infermczasWord da habt. Ich hoffe, da haben wir dann noch Betrache gemacht. Ich bin gespannt, aber hierούμε.. Ich bin gespannt, ja! Ichimentos ein bisschen nicht so密ierbedar,